So, liebe Leute, in diesem Video möchte ich euch den effizientesten Stromspeicher für die PV-Anlage vorstellen. RCT, seit Jahren der effizienteste Speicher laut der HTW Berlin und der Stromspeicherinspektion. Wenn ihr euch das Video Testsieger anschauen wollt, schaut es euch gerne an. Ich verlinke es euch hier unten in der Videobeschreibung. Das ist wirklich sehr, sehr spannend, vor allen Dingen für alle Leute, die auch eine Notstromversorgung haben wollen. Das zeigen wir euch in diesem Video. Kurzer Disclaimer vorweg, Enerix hat uns hier wieder unterstützt. Die haben auch diese ganze Anlage hier installiert und weil Enerix uns hier bei den Produktionskosten unterstützt und wir natürlich auch hier Produkte nennen, müssen wir hier oben auch Werbung einblenden. So, moin Philipp, du hast hier einen Speicher mit Notstrom, weil du eine Garnelenfarm hast, wo immer eine Stromversorgung gewährleistet sein muss, sonst sterben alle Garnelen. Das Video haben wir schon gemacht, verlinken wir euch natürlich wieder hier. Schau dich das gerne an, super spannend, was du da hinbekommen hast. Warum hast du jetzt dich für so einen Speicher hier entschieden? Was ist das überhaupt für ein Speicher? Das ist von der Firma RCT, ein Batteriespeicher, ein Lithium-Eisenphosphat. Das war mir auch sehr wichtig. Man hört immer auch mal wieder, dass es ein gewisses Brandrisiko von den NMC-Batterien gibt. Bei Lithium-Eisenphosphat ist es ja stark reduziert. Natürlich könnten die auch, ganz theoretisch können die brennen, aber wir haben nicht dieses Risiko, dass sie eben aus sich heraus anfangen zu brennen. Und es gab auch bisher keinen Fall bei dieser Firma, wo sowas passiert ist. Wundert euch nicht, dass ich hier aufs Handy gucke. Ich habe hier ein paar Fragen, die wir Ihnen fragen wollen. Meine Standardfragen zu den Speichern. Du hast sie gerade eben schon genannt. Die Technologie ist Eisenphosphat. Der Speicherhersteller RCT ist ein deutscher Hersteller. Gewinnt seit Ewigkeiten die Effizienzmeisterschaften von der HTW Berlin. Das ist ein Hochvoltsystem, hast du auch schon gesagt. Das heißt, die Spannung erhöht sich, je mehr Module du draufsetzt. Wie viele Kilowattstunden hast du jetzt hier stehen? Ein Turm hat 11,5 Kilowattstunden. Wir haben hier zwei Türme, sodass wir dann insgesamt auf 23 Kilowattstunden Speicherkapazität kommen. Und das hier sind jetzt 11,5 Kilowattstunden. Kann man denn dann auch noch mehr drauf machen oder noch einen Turm daneben stellen? Leider nicht. Also ich würde natürlich gerne noch bis zur Decke hochbauen, aber tatsächlich sind die Türme bei RCT auf 11,5 Kilowattstunden beschränkt. Aber du kannst einen zweiten Turm oder einen dritten Turm daneben stellen? Ich kann noch mehr Türme dazu schalten. Ich bräuchte aber jeweils einen extra Wechselrichter, außer bei den Wechselrichtern 8 und 10. Die können jeweils zwei Batterietürme. Okay. Das Ganze hier ist ein Hochvoltsystem, hast du schon gesagt. Jetzt hast du hier einen Wechselrichter mit wie viel Leistung, also B- und Endladeleistung. Wie schnell kann der hier so eine Batterie laufen? Also ich habe hier zwei Wechselrichter angeschlossen. Das eine ist ein 8 kW Wechselrichter, der kann tatsächlich auch 8 kW aus der Batterie rausziehen. Also der bringt die volle Wechselrichterleistung bei der Batterie. Die Batterie ist quasi nicht das Einschränkende, sondern die Wechselrichtergröße. Bei einem 10 kW Wechselrichter würde ich dann auch 10 kW aus der Batterie ziehen können. Und kannst du denn auch 10 kW in die Batterie reinladen, wenn jetzt oben von deiner PV-Anlage Leistung kommt? Sogar noch mehr. Auf der DC-Seite kann deutlich mehr reingeladen werden. Das eine voller Turm kann 13.000 Watt einladen. Also der könnte dann sogar 13 kW in die Batterie reinladen, sodass er relativ schnell voll wird. Ja. Weil das ist interessant, Leute. Wie viel Solar hast du hier auf dem Dach, deine Solaranlage? Wie groß ist die? An dieses Netz hier angeschlossen sind es circa 17 kW. Also 17 kW-Pick sind auf dem Dach. Wenn jetzt supergeil Sonne da wäre, dann könnte normalerweise der Wechselrichter in die Batterie einspeisen, kann gleichzeitig noch das Haus versorgen. Und je mehr Sonne da ist, desto mehr Leistung kommt vom Dach. Und wenn du dann einen Wechselrichter hast, der nicht so viel Leistung in Kombination mit der Batterie hat, also der kann nur, sagen wir mal, mit 4 kW in die Batterie reinladen, obwohl er so ein 10 kW Wechselrichter ist, dann kann er hier nur sehr viel langsamer die Batterie vollladen. Das heißt, es dauert länger und du brauchst mehr Sonnenstrom oder Sonnenstunden. Es ist von Vorteil, wenn du nur drei Stunden mal am Tag richtig Sonne hast, dass du den auch relativ schnell dann vollgeladen hast. Der ist sehr flexibel tatsächlich. Okay, weil es interessant ist, normalerweise kann man nicht mehr noch einladen als die Nennenleistung von dem Wechselrichter. Also das ist wirklich hochspannend. Das ganze Ding ist auch dreiphasig, wenn du mir das richtig gesagt hast. Das heißt, du hast auch bei einem Ersatzstrom, also sagen wir mal, der Strom fällt aus, dann kann dieser Wechselrichter bzw. dieser Speicher eine Notstromversorgung aufbauen? Ja, in Kombination. Also Wechselrichter und RCC-Speicher zusammen können dann eine Ersatzstromversorgung aufbauen, auch dreiphasig. Die müssen aber natürlich zusammen installiert sein. Der Wechselrichter alleine kann das nicht. Also das heißt, du hast auch diese fast 8 kW im Notstrom zur Verfügung, mit dem du hier dein Haus dann versorgen kannst. Das ist ja ziemlich gewaltig. Phasenverschiebung kann er wahrscheinlich nicht. Also da muss man schon gucken, dass das dann auch auf die Phasen passt. Gut aufgeteilt ist. Also insgesamt 8 kW, aber je Phase sind es, glaube ich, 2,6. Okay, genau. Also da muss man darauf achten, wenn jemand Schieflasten hat oder Phasen. Da gibt es eigentlich nur einen Wechselrichter, den ich kenne, der das kann, dieser Carco Blue Planet Hybrid, der das dann tatsächlich kann, der auch 365 Tage im Jahr gebaut ist für Inselbetrieb. Den kannst du Off-Grid überall hinsetzen und Victron, die können das, glaube ich, auch noch. Aber das war es dann auch schon. Jetzt Überschussladen mit deinem Auto kann er dann ja wahrscheinlich auch. Das geht auch. Was habe ich denn hier für eine Zyklenzahl? Das ist immer eine ganz beliebte Frage. Wie lange hält der Speicher? 5.000 werden angegeben für 80% Restkapazität. Und das sind ja Eisenphosphatbatterien, also das ist sehr konservativ gerechnet. Die Zyklenzahlen sind wahrscheinlich sehr, sehr, sehr viel besser als das, was da mit 5.000 angegeben ist. Tatsächlich sieht es so aus, als wenn die locker 10.000, 20.000 Zyklen halten. Also dass die Batterie selber, die Zelle zumindest, gar nicht so wirklich schnell altert. Da sind wir dann schon theoretisch irgendwie im Bereich von 30, 40 Jahren. Also irre lange, so fast wie bei den Solarmodulen, die auch viel länger halten, als man eigentlich ursprünglich mal dachte. So ist das bei den Zellen auch mittlerweile. Notstrom haben wir jetzt schon gesagt. Nachrüsten haben wir auch schon gesagt. Das kann man machen. Inselfähig ist er auch und schwarzstartfähig. Vielleicht kannst du das nochmal sagen. Also wenn jetzt der Stromausfall ist, schwarzstartfähigkeit, dann kann der nur mit der Batterie bzw. auch nur mit der PV-Anlage dann in die Insel schalten. Geht das? Okay. Wenn die Notstrombox installiert ist. Okay. Das würde er sonst nicht machen. Also da gibt es einen extra Sensor und der misst dann quasi, wenn das Netz ausfällt, schaltet er dann das Netz weg, sodass eben nicht der Strom in die Straße eingespeist wird, sondern eben tatsächlich nur ins Haus und in den vorgesehenen Bereich. Und dann startet dieses System. Ansonsten würde das nicht machen. Jetzt hast du den natürlich angeschafft. Wir sagen auch gleich nochmal, was für ein Geld du bezahlt hast für. Aber was ist denn die Garantie? Jetzt waren wir schon bei Zyklenzahlen. Was ist denn die Garantie für so einen Speicher? 5.000 Zyklen und? Zehn Jahre. Zehn Jahre. Also das komplette System, Wechselrichter, Batterie, so wie bei fast allen. Ich glaube auf dem Wechselrichter ist die Garantie kürzer. Ach so, okay. Glaublich fünf Jahre. Ja, okay. Schauen wir uns dann nochmal an. Eigenverbrauch hat der relativ wenig. Das ist ja einer der effizientesten Speicher. Hat er so 6 Watt, meine ich, ist das. Also irre wenig. Nur dieses Display, was da hinter dir leuchtet. Das ist sozusagen der Verbrauch und das sind nur ein paar Watt oder so. Und das ganze Ding ist komplett auf Effizienz getrimmt. Können wir vielleicht auch gleich nochmal einen Satz dazu sagen. Hast du denn hier, also wenn wir schon mal dabei sind, Eigenverbrauch, ganz gering Effizienzwirkungsgrad. 98% steht im Datenblatt. Bist du sehr damit zufrieden, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich kann das System so weiterempfehlen. Gibt es denn auch ein Monitoring, wo du dir alles angucken kannst? Beziehungsweise vielleicht auch ein Energiemanagementsystem, wo du richtig was mitmachen kannst oder was intelligent ist? Also erstmal gibt es die RCD-Power-App. Da kann man natürlich das Ganze monitorigen. Okay, das zeigen wir, blenden wir euch hier mal ein, wie das aussieht. Sehr übersichtlich, sehr schön. Also oben rechts hast du hier deine Solaranlagen, die reingehen direkt in den Wechselrichter, dann auch in die Batterie. Oben haben wir die PV-Strings, dann ist der Wechselrichter da. Dann sieht man, ob aus der Batterie eben gerade was geladen wird. Hier sehen wir, dass gerade die Batterie entladen wird. Wir haben einen Speicherstand von 41% und das Batteriemanagementsystem möchte einen Speicherstand von 100% erreichen. Also wir haben jetzt hier Mitte Mai, es kommt gerade, weil viel Regen ist, nicht so viel von der PV-Anlage. Dafür ist das erstaunlich viel. Hast du sehr gute Module wahrscheinlich hier auf dem Dach. Und der Speicher unterstützt zusätzlich noch dein Netz, also deinen Hausverbrauch, hier deine Garnelenfarm. Wie man sieht, ist der Hausverbrauch gerade bei nur 1100 Watt. Das heißt, ein restlicher Teil der Solaranlage ist direkt mit der Schrimpfarm verbunden und kann gerade einen Teil des Verbrauchs eben decken. Der Rest muss aber eben über den Wechselrichter gedeckt werden. Das G, was wir hier sehen, ist der zweite RCT-Wechselrichter. Und der ist gerade dabei, seine Batterie zu laden. Also er liefert gerade keine zusätzliche Leistung. Er nimmt welche auf und lädt damit gerade seinen Speicher. Ach so, also du hast hier zwei Wechselrichter und jeder Wechselrichter hat sozusagen eine. Batterie. Wir können uns den auch gerade angucken. Dazu gehen wir dann hier oben in die Geräteauswahl, wählen den Wechselrichter aus. Wenn man auf Suchen klickt, werden einem die verfügbaren Wechselrichter angezeigt. Das andere hier sind von anderen Systemen. Update wollen wir jetzt keins machen. Und dann sehen wir jetzt den anderen Wechselrichter und sehen auch, was der gerade macht. Okay. Hast du denn hier auch ein Energiemanagement oder musst du jetzt händisch die Sachen einstellen? Jetzt sehe ich hier Wallbox oder Verbraucher. Hast du ja auch. Die Wallbox muss man selber auswählen nochmal. Da gibt es quasi einen extra Server für. Das machen wir vielleicht später. Und der RCT hat jetzt keine eigene Wallbox oder sowas? Nee, die verwenden die von Hardibard. Hast du einen Nachteil, wo du sagst, das stört mich, das muss jemand nochmal besser machen? Also mich stören zwei Punkte. Einmal sind mir persönlich die Batterietürme zu klein. Also ich würde gerne 15 oder 20er Türme haben. Okay. Weil wenn man zwei Batterietürme an einen Wechselrichter beim 8er anschließen kann, ist man eben beschränkt auf die 23 Kilowattstunden an einem Wechselrichter. Okay. Und das können auch andere Systeme schon größer. Okay. Wie bei den großen HVM Batterien oder 22 Kilowattstunden auf einen kleinen Turm und drei nebeneinander und sowas. Und eine Sache, die mir bei Fenecon zum Beispiel besser gefällt, ist, dass man diese Speicher aus dem Netz nachladen kann. Dieser dynamische Stromtarif als App, den es bei Fenecon gibt, dass man eben bei Minuspreisen in der Nacht laden könnte. Das kann RCT nicht. Ah, okay. Weil das wäre nämlich wirklich der Hauptkritikpunkt. Ich habe ein Monitoring, das haben wir jetzt hier gerade bei dir gesehen. Aber du kannst auch manuell viel einstellen. Das hast du mir auch schon gezeigt. Das finde ich wiederum gut. Also, dass man sehr individuell diesen Speicher bedienen kann. Man muss nicht zwingend ihn auf automatisch laufen lassen, sodass er selber quasi das für den Kunden perfekten Verlauf wählt. Also, in der Regel ist es so, dass er nicht unbedingt morgens erstmal komplett voll geht, sondern er weiß dann, der Kunde braucht am Tag so und so viele Kilowattstunden. Und wenn ein sonniger Tag wird, dann sagt ihm die Prognose eben, dass er den Speicher zwischen 12 und 14 Uhr voll bekommt. Und dann fängt er auch erst um diese Uhrzeit an, den Speicher zu laden. Also, er lädt nicht stupide. Also, von einem Stück erhalten hat es den nicht. Genau. Also, er hat, das ist sozusagen das interne System, was die haben. Und es funktioniert relativ gut. Aber, wenn man eben eine Wallbox hat oder man hat Tage, wo man plötzlich mal mehr braucht, kann es eben dann sein, dass man vielleicht doch um 11 Uhr nichts mehr im Speicher hat. Mhm, okay. Deswegen kann man ihn auch stupide betreiben. Das kann man auswählen. Man kann sagen, er soll konstant einen bestimmten SOC-Wert erreichen. Das ist ja SOC, kannst du vielleicht nochmal sagen? State of Charge. Also, dass man quasi sagt, so viel Prozent soll die Batterie haben. Wenn ich ein SOC von 100 Prozent auswähle, dann soll die Batterie voll geladen werden, wenn es möglich ist. Ich habe auch noch einen Punkt. Das ist nämlich genau dieses, was du sagst. Ein Energiemanagementsystem. Das kann natürlich ganz viele Dinge machen. Zum einen kann es dein Wallbox intelligent mit integrieren, dass du Überschuss-PV-Lage machen kannst. Vielleicht später in der Zukunft auch bidirektional zu laden. Dann die Wärmepumpe integrieren kannst. Also mit einem Energiemanagementsystem auch dort Überschuss machen kannst. Dass nicht jedes einzelne Ding für sich intelligent ist, sondern alles in einem kompletten System. Und das Thema dynamische Stromtarife. Ich habe aber auch schon ein Management-System vorgestellt. Da gibt es verschiedene. Von Clever PV. Eins habe ich vorgestellt von Smartbox, wo wirklich so eine fette Box an die Wand gemacht wird. Und damit kannst du auch RCT steuern. Und dann hast du plötzlich die Möglichkeit, dynamische Stromtarife zu nutzen. Den Speicher mit billigem Strom voll zu machen. Die Wärmepumpe mit billigem Strom laufen zu lassen. Und das Elektroauto. Vor allen Dingen dann interessant, wenn ihr nämlich nicht genug von der PV-Anlage bekommt. Und das ist im Winter. Im Teil der Tränen von November bis März ungefähr oder Februar. Februar lief schon ganz gut. Aber November, Dezember, Januar. Das sind so die Monate, wo zu wenig kommt von der PV. Dann brauchst du ja eigentlich ein Management-System und dynamische Stromtarife. Dass du nachts im Winter, wenn viel Wind weht, dann ist der Strompreis billig. Dann machst du das Ding voll, haust dir alles voll. Und den Speicher auch, dass du wieder günstigen Strom einkaufst. Und das ist tatsächlich ein bisschen schade, dass RCT das nicht kann. Und das kann man dann sozusagen nachrüsten. Aber kostet natürlich auch wieder jetzt mal extra Geld. Für dich wahrscheinlich sogar interessant, das zu machen irgendwann. Oder hast du irgendwann nachgedacht? Okay. Ich hoffe ja auf ein Update in der RCT jetzt. Ja, vielleicht, da können wir jetzt nicht so viel darüber sagen, aber Recycling, Umweltschädlichkeit. Bei Eisenphosphat ist das sehr viel weniger. Also kein Kobalt drin. Die Dinger lassen sich recyceln, so wie PV-Module, Windräder auch. Man kann dann über 90 Prozent wieder rausholen. Aber ich habe es am Anfang schon gesagt, die halten ewig lange. Und die Frage ist jetzt, wie teuer ist denn eigentlich so eine Batterie, beziehungsweise eine Kilowattstunde hier von so einem Speicher? Du hast wahrscheinlich damals relativ viel noch dafür bezahlt. Ja, als ich den gekauft habe, kann ich sagen, dass für die Batterie zusammen etwa 15.000 Euro angefallen sind. Ich weiß, dass es heute deutlich günstiger ist. Und wann war das? Das war vor ungefähr zwei Jahren. Also welches Jahr war das? 2021, 2021, 2021. 2021 hast du gekauft, 15.000 Euro für 23 Kilowattstunden. Und dafür würdest du jetzt wahrscheinlich deutlich weniger bezahlen. Also wahrscheinlich 40 Prozent, 50 Prozent, also vielleicht die Hälfte. Also unter 10.000, denke ich. Ja, deutlich unter 10.000. Also die Speicherpreise fallen, genauso wie bei den Batterien insgesamt die Preise fallen. Auch bei den Wektrautos, die Batterien werden immer billiger. Die Autos dann irgendwann auch, sehen wir auch gerade schon. Und wo kann ich das Ding kaufen? Jetzt kann ich das irgendwo im Internet bestellen oder muss ich darüber... Vermutlich ja. Vermutlich kann man es auch im Internet bestellen. Hat aber natürlich das Problem, dass man dann keinen gescheiten Installateur hat. Ich habe das über die Firma Enerix gekauft und die haben mir das hier auch installiert. Okay, also du hast das jetzt von dem Installateur dann bekommen. Richtig, ja. Die haben das alles installiert und die haben das sozusagen auch von RCT gekauft. Also ganz herzlichen Dank. Schreibt mir mal gerne, ob ihr auch so ein RCT im Keller habt. Was für euch die größten Vor- oder auch Nachteile sind. Schreibt mir das gerne mal bitte in die Kommentare. Und wenn wir jetzt hier irgendwas Wichtiges vergessen haben, weil wir wollten mit RCT auch schon länger mal Videos drehen bei denen in der Fertigung, haben wir immer mal wieder Kontakt. Hat jetzt leider bis jetzt noch nicht geklappt. Schreibt mir das auch mal gerne in die Kommentare, wenn das für euch interessant ist. Ja, und dann würde ich sagen, Philipp, ganz herzlichen Dank schon mal an dich, dass du uns das hier alles gezeigt hast. Du bist wahrscheinlich im Großen und Ganzen mehr zufrieden als unzufrieden, würde ich jetzt mal so abschließend sagen. Notstrom ist da, er ist hocheffizient, du kannst ihn selber steuern, aber hat kein Energiemanagementsystem, was vielleicht in der Zukunft noch eine gute Geschichte wäre. Mit Smartfox oder irgendeinem anderen Anbieter kann man das sagen. Aber die Wallbox kann trotzdem den Überschuss abrufen. Also die ist mit dem Wechselrichter verbunden und wenn PV-Überschuss da ist, kann das Auto über PV-Überschussladen auch geladen werden. Na super, also danke ich dir, dass du uns das gezeigt hast. Lass gerne ein Abo da, wenn euch solche Sachen interessieren. Dann verpasst ihr kein Video mehr und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss. Bis dahin und tschüss.